In diesem Video zeige ich dir, wie du in drei einfachen Schritten unerwünschten Raumhall aus deinen Aufnahmen entfernen kannst. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Es kommt immer mal wieder vor, dass du verkorkste Tonaufnahmen hast, in denen unerwünschte Frequenzen oder eben auch Hall ist. Aber bevor wir jetzt gleich loslegen und uns daran machen, eine solche Aufnahme zu retten, möchte ich dir nochmal eine Sache ans Herz legen. Es sollte niemals dein Ziel sein, verkorkste Aufnahmen zu retten, sondern dein Ziel sollte es immer sein, sehr gute Recordings zu machen und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass du schlechte Aufnahmen retten musst. Das nur zu Beginn, also das sollte nur die allerletzte Möglichkeit sein. Bei mir war es jetzt in dem Fall so, dass ich im Dezember zu wenig Zeit hatte, genügend Videos vorzudrehen und deswegen musste ich ein Video in einem sehr großen Hotelzimmer drehen, das wirklich schrecklich geklungen hat und sehr, sehr viel Nachhall gehabt hat. Hören wir uns mal die Rohaufnahme davon an. Mythos Nummer 5. Songwriter oder Produzenten können nur erfolgreich werden, wenn sie eine Nummer 1-Hit haben. So weit, so schlecht. Ich weiß jetzt, dass es von Isotope und inzwischen auch von vielen anderen Firmen sogenannte Repair-Kits gibt, wo du wie mit magischer Hand den Raum halt sehr, sehr gut entfernen kannst, meistens nur mit einem Drehregel. Und da habe ich mich umgeschaut und habe gesehen, dass diese Repair-Kits meistens nur als Abo angeboten werden sind, a. und b. sehr, sehr teuer sind. Und da dachte ich mir, nö, mache ich nicht, ich probiere es lieber selber. Angefangen habe ich mit Schritt Nummer 1 und das ist, ich habe versucht, mit einem Channel EQ die störenden Heilfrequenzen so weit wie möglich rauszufiltern. Hierzu habe ich mir einfach einen Bell-Filter rausgesucht und bin durch das Frequenzspektrum gesweept. Und ich habe geschaut, welche Frequenzen beim Heil besonders hässlich oder laut oder unangenehm rauskommen. Und mir sind dabei hauptsächlich drei Frequenzen aufgefallen, die ich dann abgesenkt habe. Produzenten können nur erfolgreich werden, wenn sie eine Nummer 1-Hit haben. Und natürlich kann ich es nicht leugnen, ein Nummer 1-Hit, ein Welt-Hit kann alles für dich verändern. Ich denke, das ist klar. Aber ich sage dir, es gibt auch noch genügend andere Indikatoren für Erfolg, was Musikproduktion betrifft. Wechseln wir mal das Genre, nehmen wir zum Beispiel mal Architekten. Wie viele Architekten gibt es auf der Welt und wie viele davon haben ein weltberühmtes Gebäude konstruiert oder entworfen? Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Ein sehr geringer Prozentsatz. Und sind deswegen alle anderen Architekten Loser? Anschließend habe ich noch ab 5000 Hertz die Höhen breitbandig angehoben, weil ich das Gefühl hatte, dass das die Sprachverständlichkeit noch etwas verstärkt. Mythos Nummer 5. Songwriter oder Produzenten können nur erfolgreich werden, wenn sie eine Nummer 1-Hit haben. Hören wir uns jetzt nochmal beide Beispiele an. Mit und ohne EQ-Bearbeitung. Und natürlich kann ich es nicht leugnen, ein Nummer 1-Hit, ein Welthit kann alles für dich verändern. Ich denke, das ist klar. Aber ich sage dir, es gibt auch noch genügend andere Indikatoren für Erfolg, was Musikproduktion betrifft. Ich finde, das Ergebnis ist gar nicht schlecht und ich war selber erstaunt, wie viel man mit einem Equalizer hier schon machen kann, auch bei so einer hässlichen Hallfahne. Weitergemacht habe ich mit Schritt Nummer 2 und der ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe einen Transient-Designer verwendet. Ein Transient-Designer ist eigentlich ein Tool, mit dem du perkursive Instrumente bearbeitest, also Schlagzeug zum Beispiel oder Percussion, mit dem du die Transienten lauter machen kannst und somit ihnen helfen kannst, dass sie besser durch den Mix drücken. Ich habe jetzt aber mal probiert, mit so einem Transient-Designer eine Stimme zu bearbeiten, weil auch hier gibt es meistens einen Sustain-Regler. Und Sustain ist Hall und da habe ich einfach mal versucht, ob ich den irgendwie mit diesem Transient-Designer runterkriege. Und was dabei rauskam, schauen wir uns jetzt an. Es gibt viele Angebote auf dem Markt, zum Beispiel Smack Attack von Waves und auch noch von ganz vielen anderen Firmen. Ich habe jetzt hier einfach den Transient-Master von Native Instruments, der hervorragend funktioniert. Schritt Nummer 1 ist, dass wir den Sustain herunterdrehen und damit den Raumhall reduzieren können. Du darfst hierbei nicht zu sehr übertreiben, ansonsten klingt es schnell unnatürlich. Du wirst gleich hören, was ich meine. Und natürlich kann ich es nicht leugnen, ein Nummer 1-Hit, ein Welthit kann alles für dich verändern. Ich denke, das ist klar. Aber ich sage dir, es gibt auch noch genügend andere Indikatoren für Erfolg, was Musikproduktion betrifft. Wechseln wir mal das Genre, nehmen wir zum Beispiel mal Architekten. Wie viele Architekten gibt es auf der Welt und wie viele davon haben ein weltberühmtes Gebäude konstruiert oder entworfen? Du hörst schon, dass der Raumhall jetzt deutlich weniger ist. Das hat also wunderbar funktioniert. Und im zweiten Schritt erhöhe ich jetzt die Attack und damit erhöhe ich die Lautstärke des direkten Signals und kann den Raumhall, den unerwünschten Raumhall, damit nochmal ein kleines bisschen weiter nach hinten schieben. Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Ein sehr geringer Prozentsatz. Und sind deswegen alle anderen Architekten Loser und verdienen kein Geld? Ich glaube nicht. Und genauso ist es doch beim Songwriting und in der Musikproduktion auch. Es gibt viele Musikproduzenten, viele Songwriter, die gutes Geld verdienen. Zum Beispiel, indem sie für Bands arbeiten und mit ihnen Touren vorbereiten, die Werbesongs schreiben oder die gut dotierte Privatverträge haben. Also einfach Leute, die von Privat ihre Songs produziert haben möchten und die sie arrangieren. Ich denke, du hörst es, das ist absolut überzeugend. Und ich war selber erstaunt, wie viel du im Zusammenspiel von Attack und Sustain von so einem Transient Master oder Transient Designer, wie viel du da bewirken kannst, um den Raumhall stark zu reduzieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere jetzt, es vielleicht noch ein kleines bisschen besser hinzubekommen mit einem Noise geht. Und da habe ich mir so ein bisschen ein besonderes ausgewählt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hier habe ich von Waves den NS1, den Noise Suppressor verwendet. Das ist ein super geschicktes Tool. Das ist ein Noise geht, das sich einfach über einen Drehregler, nicht Drehregler, über einen Schieberegler einstellen lässt, mit dem du hervorragende Ergebnisse erzielen kannst. Ich versuche, dieses Noise geht jetzt reinzufahren und damit den Transient Designer noch ein bisschen zu unterstützen und vielleicht noch ein bisschen mehr von diesem ungewünschten Raumklang, Raumhall wegzubekommen. Konstruiert oder entworfen? Ja, wahrscheinlich die wenigsten, ein sehr geringer Prozentsatz. Und sind deswegen alle anderen Architekten Loser und verdienen kein Geld? Ich glaube nicht. Und genauso ist es doch beim Songwriting und in der Musikproduktion auch. Es gibt viele Musikproduzenten, viele Songwriter, die gutes Geld verdienen. Zum Beispiel, indem sie für Bands arbeiten und mit ihnen Touren vorbereiten, die Werbesongs schreiben oder die gut dotierte Privatverträge haben. Also einfach Leute. Ich finde, auch hier kann man sich jetzt streiten. Bringt der Noise Suppressor jetzt wirklich was? Ich denke, es wird dadurch nochmal ein kleines bisschen besser. Und jetzt hören wir uns nochmal das Rohsignal an und danach die drei Plugins, die ich eingesetzt habe. Natürlich kann ich es nicht leugnen, ein Nummer-Eins-Hit, ein Welthit kann alles für dich verändern. Ich denke, das ist klar. Aber ich sage dir, es gibt auch noch genügend andere Indikatoren für Erfolg, was Musikproduktion betrifft. Wechseln wir mal das Genre, nehmen wir zum Beispiel mal Architekten. Wie viele Architekten gibt es auf der Welt? Und wie viele davon haben ein weltberühmtes Gebäude konstruiert oder entworfen? Okay, ich finde, das ist wirklich ein richtig gutes Ergebnis geworden. Auch wenn es lange keine perfekte Tonaufnahme ist, das ist klar. Aber was du hier auch wieder siehst bzw. hörst, ist, wie wichtig die Arbeit mit dem Equalizer, wie wichtig die Arbeit mit Frequenzen ist. Und wenn du dich jetzt noch unsicher fühlst bei der Arbeit mit dem Equalizer, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF 6 Problemfrequenzen. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir es runterladen. Da zeige ich dir die 6 Frequenzen, die für Ärger in deinem Mix sorgen können. Also runterladen, im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Hast du auch schon mal so eine Aufnahme bearbeiten müssen, wo viel zu viel Raumhall war oder die wirklich richtig schlecht war? Und wie hast du das gemacht? Hast du dir vielleicht doch ein teures Repair-Kit gekauft oder hast du es auch so probiert wie ich? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Ich danke dir fürs Zuschauen, schicke dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald! Bis bald!